Hi, ich bin Nele und heute wieder für Jupp Berlin unterwegs. Bei Polytalk Watch stellen sich PolitikerInnen, AktivistInnen und Menschen aus der Kinder- und Jugendarbeit Berlins den Fragen unserer Jugendredakteurin, also mir. Und heute sind wir bei Clara Schädlich, der jüngsten Abgeordneten Berlins. Als erstes senken wir auf jeden Fall das Wahlalter in Berlin auf 16. Letztendlich betrifft Politik uns ja alle total. Wie ihr persönlicher Weg in die Politik war und was sie noch alles mit ihrer Arbeit erreichen wollen, genau das möchten wir für euch herausfinden. Hi, na, schön dich kennenzulernen. Ich zeig dir das Büro in Partierland. Ich hatte jetzt noch ein paar Fragen an DISS. Wie kommt man denn auf die verrückte Idee, mit 17 schon der Partei beizutreten? Ja, gute Frage. Also, ich hab mit 17 Abitur gemacht und dann hatte ich so ein paar Monate Zeit, bis mein Studium losging. Und in der Zeit dachte ich, will ich mich irgendwie ehrenamtlich engagieren. Und dann hab ich erst mal geguckt, was kann man eigentlich so machen und irgendwie gegoogelt. Keine Ahnung, bei Tierheimen oder irgendwas, was man so tun kann. Und dann bin ich darauf gestoßen, dass es Jugendparteien gibt. Das war mir, also ich wusste das, aber es war mir nicht so richtig im Kopf. Und da hab ich dann einfach mal die Programme durchgelesen, vor allem im Bildungsbereich, weil ich ja einfach gemerkt habe, in der Schule habe ich mich mit Freundinnen und Freunden immer über so viele Sachen beschwert, die uns irgendwie gestört haben. Lehrplaninhalte, wie früh das anfängt, die Benotung, oh Gott. Und als wir dann raus waren aus der Schule, haben wir gar nicht mehr drüber geredet und es hat irgendwie niemanden mehr interessiert. Deswegen dachte ich da, das kann doch nicht sein, dass wir es einfach den nächsten Generationen überlassen, jetzt muss man mal was machen. Genau. Und hab gesehen, oh cool, Jugendparteien, hab mit deren Programme so ein bisschen durchgelesen und mich dann sehr schnell für die grüne Jugend entschieden. Und bin da einfach mal hingegangen, genau, bin dann auch Mitglied geworden. Was ganz lustig war, weil ich ja, weil ich 17 war, noch meine Mama fragen musste, dass sie mir so einen Zettel unterschreibt, damit ich Mitglied werden darf. Ja, da hatte ich Glück, dass sie nichts dagegen hatte. Jetzt, wo wir schon sehr gut bei deiner Mutter sind, hatten deine Eltern irgendeine bestimmte Vorstellung davon, was du mal so beruflich machen sollst? Und in welchen Bereichen haben sie dich denn so besonders geprägt? Also meine Mama wollte immer unbedingt, dass ich studiere, weil sie immer selber gerne studieren wollte, aber es hat nicht geklappt. Und deswegen war ja das immer mega wichtig. Ja, und deswegen hab ich das auch nie angezweifelt und dachte, okay, dann mach ich das. Ich hab mich schon mit so 15 oder 16 entschieden, dass ich Maschinenbau studieren möchte. Und dann hab ich das auch gemacht oder mach ich das immer noch. Genau, ich hab tatsächlich keine Ingenieurinnen und Ingenieure in der Familie außer einen Cousin in Kroatien. Deswegen haben die sich auch, glaube ich, ein bisschen gewundert, wie ich darauf kam. Weiß ich selbst nicht so genau. Ich fand den Physikunterricht gut und dann dachte ich, das ist doch interessant. Aber dass ich Politik mache, meine Oma behauptet jetzt, das hätte sie schon immer vorhergesagt. Ich würde behaupten, das hat alle ein bisschen gewundert. Jetzt haben wir ja schon ein paar Jahre Pandemie, leider. Gibt es irgendwas, was du in der Zeit besonders vermisst hast und vielleicht auch irgendwas, was du dazugelernt hast oder neu entdeckt hast? Tatsächlich hab ich mich während der Pandemie entschieden, fürs Abgeordnetenhaus zu kandidieren. Ich hab mein Auslandssemester gemacht in Zagreb, da hab ich mit meiner besten Freundin zusammengewohnt und halt studiert. Und in der Zeit konnte ich mich ja nicht engagieren in der Partei, bis Corona losging und alles auf online umgestellt wurde. Und dann konnte ich plötzlich auch dabei sein, obwohl ich gar nicht in Deutschland war. Ja, vielleicht hat die Pandemie so ein bisschen auch dazu beigetragen, dass ich dachte, das will ich jetzt machen. Und außerdem hat man, finde ich, auch in der Pandemie nochmal gemerkt, wie doll die Perspektiven von jungen Leuten untergehen. Was mich als junge Person total geärgert hat, weil ich weiß nicht, ich finde, wir haben uns als junge Menschen richtig super benommen und uns wirklich viel Mühe gegeben. Und wurden aber an vielen Stellen einfach immer wieder vergessen. Und deswegen ist es schön, jetzt mit an den Tischen zu sitzen und einfach immer wieder auch die Hand heben zu können und zu sagen können, aber für junge Leute ist dies und das vielleicht anders. Was muss denn deiner Meinung nach unbedingt getan werden, damit mehr Jugendliche ihrer politischen Stimme Gehör verschaffen können oder mehr Gehör finden? Es ist immer gut, wenn sich schon junge Leute irgendwo engagieren. Dann ist das, glaube ich, so eine Art positiver Kreislauf, weil dann sehen das andere Menschen, fühlen sich vielleicht auch motiviert, gehen auch in die Politik. Genau deswegen versuche ich immer, alle Leute zu motivieren, dass, wenn sie Lust drauf haben, sie sich unbedingt einbringen sollen. Weil letztendlich betrifft Politik uns ja alle total. Also ob man jetzt zur Schule geht, die von der Politik irgendwie mit beeinflusst wird oder die Bahn benutzt, die von der Politik mit beeinflusst wird und so weiter. Alle stören sich an irgendwas. Und ich finde immer, wenn man was merkt, was einen stört, dann ist es auch irgendwo vielleicht so ein Stück weit eine Verantwortung, dass man daran jetzt auch was machen kann, wenn man die Möglichkeit dazu hat. So bei deinem politischen Alltag hast du da eigentlich noch irgendwie Zeit, was Privates oder für die Freizeit zu machen, weil ich habe zum Beispiel auch dein Interview mit Radio 1 gesehen, wo du ja meintest, dass du eine 60-Stunden-Woche hast. Und da stelle ich mir schon vor, dass es ziemlich schwierig ist, da irgendwie noch Freizeit mit einzubauen. Also ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ich hätte in den letzten Wochen aber schon, dass ich dachte, huch, okay, ich habe wirklich nicht mehr so viel Freizeit. Es ist auf jeden Fall so, dass ich das dolle einschränken muss, weil ich einfach andere Sachen machen möchte. Wie gesagt, ich will das ja auch gut machen, was ich jetzt mache. Deswegen finde ich es auch okay zu sagen, okay, dann gebe ich jetzt alle meine Energie, die ich habe, da rein, weil mir ist das ja wichtig. Stört es dich generell, dass du so auf dein junges Alter angesprochen wirst? Es ist mir wichtig, dass die Leute das wissen, dass ich jetzt jung bin oder momentan die jüngste Abgeordnete bin. Will ich ja auch ein Zeichen setzen irgendwie für andere junge Leute. Ihr könnt euch auch engagieren, wenn ihr wollt und das Alter ist dabei egal. Momentan gibt es ja nicht so mega viele junge Politikerinnen und Politiker. Deswegen bin ich gerne die Person, die dann allen erzählt und zeigt, dass man das auch als junge Person machen kann. Welchen Stellenwert hatte denn Schule für dich und wie blickst du so auf deine Schulzeit zurück? Also ich hatte eine coole Schulzeit, würde ich im Nachhinein behaupten. Ich glaube, dass Schule einfach im Leben von allen Leuten voll die große Rolle spielt. Oder wenn wir jetzt überlegen, wie viel Prozent unseres Lebens wir in der Schule gesessen haben, ist das ja schon eine sehr hohe Zahl. Und genau deswegen finde ich es wichtig, dass Schulen nicht nur einen leeren Ort sind, sondern auch irgendwie Lebensraum für die jungen Leute, die ja da jeden Tag ihre sozialen Beziehungen knüpfen und so weiter. Für mich war Schule auch immer eher so, ich hatte das Gefühl, dass es so einseitig ist. Hattest du auch manchmal so das Gefühl, dass es so nicht individuell auf eine Person angepasst ist? Voll, das ist auch auf jeden Fall was, wo ich jetzt irgendwie mit dran arbeiten möchte, weil ich finde, alle Kinder sollten so individuelle Betreuung wie möglich bekommen. Und es muss anerkannt werden, dass das Schulsystem, wie es jetzt ist, ist bestimmt gut für manche Leute und Lerntypen, aber für andere halt nicht. Und deswegen, genau, es ist auch ein großer Faktor bei der Frage Chancengerechtigkeit beispielsweise. Wo siehst du dich denn in zehn Jahren? Ich hasse diese Frage. Ich sage immer zu allen Leuten, ich bin 22 und weiß, was ich die nächsten fünf Jahre mache. Mal gucken, wo es mich hin versteckt. Erstmal versuche ich jetzt fünf Jahre lang gute Arbeit zu machen und irgendwie Sachen zu erreichen. Und dann schaue ich weiter. Danke, dass du so offen und ehrlich warst und alle Fragen beantwortet hast. Danke dir. Ich fand es mega cool, dass ich nicht nur über sie als Abgeordnete was erfahren konnte, sondern auch über sie als Person. Stay tuned. Vielleicht habt ihr ja auch Bock, beim nächsten Polytalk dabei zu sein. Schaut gerne mal rein, schreibt was in die Kommentare. Und dann sehen wir uns das nächste Mal.